Felix Nelbert, geboren 12. Mai 1982 in Hamburg, wohnhaft in Großhagen, verwidmet Sachbearbeiter seit dem 7. Juni 2008 in Untersuchungshaft in der JVA Hannover. Der Angeklagte beobachtete am Abend des 6.06.2008 durch das Schaufenster des Fotoateliers Mugischer in Großhagen, wie seine Ehefrau Eva Nelbert im hinteren Teil des Ateliers mit seinem Vater Geschlechtsverkehr hatte. Nachdem sein Vater weggegangen war, betrat der völlig aufgebrachte Angeklagte gegen 21 Uhr das Atelier und konfrontierte seine Ehefrau mit seiner Beobachtung. Es kam zu einem heftigen Streit, in dessen Verlauf erdrosselte der Angeklagte seine Ehefrau aus Wut mit deren Schal und flüchtete unerkannt. Der Angeklagte wird somit des Totschlags beschuldigt, strafbar gemäß § 2.12 StGB. Herr Nelbert, die Anklage haben Sie nun gehört, wollen Sie sich dazu äußern? Ja. Und, was sagen Sie dazu? Ich habe meine Frau doch so geliebt. Ich kann Ihnen nur sagen, ich war es nicht. Ich war auch den ganzen Abend mit meiner Mutter unterwegs. Waren Sie denn an dem Abend bei dem Fotoatelier? Nein. Waren Sie nicht? Können Sie mir doch mal erklären, warum man dann direkt vor dem Fotoatelier auf dem Gehweg Erbrochenes von Ihnen gefunden hat? Das war reiner Zufall. Mir war schon den ganzen Tag schlecht. Und als ich auf dem Weg zum Gasthof war, es ist mir so übel gewesen. Da musste ich anhalten. Und ich habe mich übergeben. Und danach bin ich auch gleich weitergefahren. Da speilen Sie zufällig genau vor das Schaufenster, hinter dem gerade Ihre Frau fremd geht. Ja, Sie haben die Anklage ja gehört. Ich gehe davon fest aus, dass Sie Ihre Frau erdrosselt haben, Ihnen dann verständlicherweise schlecht geworden ist und Sie sich daraufhin vor dem Schaufenster übergeben. Ich hätte nie was antun können. Nie. Sie hat es aber geschafft, Ihnen sehr weh zu tun. Ich meine, es ist ein offenes Geheim, dass Ihre Frau ständig fremdgegangen ist. Und damit hat sie Ihnen wehgetan. Deswegen kam es ja dann zu der Tat, von der die Anklage hier ganz überzeugt von ausgeht. Sie verstehen das nicht. Ich wusste, dass meine Frau mir untreu ist. Und sie hat immer wieder gesagt, ich bin der wichtigste Mensch in Ihrem Leben. Und das zählt ja wohl mehr, als mit wem sie im Bett ist. Wissen Sie, es mag ja sein, dass Sie sich tatsächlich bis zu einem gewissen Punkt mit der Tatsache, dass Ihre Frau Sie ständig bedrückt arrangieren konnten. Aber hallo, diesmal hat sie Sie mit Ihrem Vater betrogen. Mit Ihrem Vater hat Sie geschlafen. Aber bis dahin wusste ich doch gar nicht, dass sie sich mit meinem Vater trifft. Bis zu Evies Tod hat mir immer nichts davon erzählt. So, und Sie haben gerade eben gesagt, Herr Kollege, es ist ein offenes Geheimnis, dass sie mit vielen Männern verkehrt hat. Wieso haben Sie nicht aus dem Geheimnis mal eine Ermittlung gemacht? Es sind Spermaspuren noch eines bislang Unidentifizierten bei der Toten gefunden worden. Vielleicht war das ja auch der Täter. Vielleicht hätten Sie da mal einen Fall draus machen sollen. Ja, vielleicht, vielleicht. Und ich habe es ganz bewusst nicht getan. Der Täter sitzt dort, Ihr Mandant nämlich. Nein, nein. Wussten Sie denn, dass sich Ihr Vater an dem Abend mit Ihrer Frau treffen wollte? Jein. Meine Mutter hat es mir am Abend im Gasthof erzählt. Gut, dann rekonstruieren wir da jetzt vielleicht doch mal diesen Tatabend. Wo waren Sie um 20 Uhr? Ja, ich war bei meinen Eltern. Und mein Vater hat nur gemeint, er wolle noch kurz was erledigen. Und meine Mutter hat dann vorgeschlagen, mit mir was essen zu gehen im Gasthof Beckerstein. Da gehen wir öfters hin. So, und auf der Fahrt dahin ist Ihnen schlecht geworden. Und da haben Sie sich vor dem Fotoatelier übergeben, richtig? Ja, ich habe einen sehr nervösen Magen und in letzter Zeit immer mehr Probleme damit. Vielleicht machen wir es doch mal so, wir haben da einen Stadtplan an der Tafel. Gehen Sie ruhig mal da hin und zeigen Sie uns mal anhand dieses Stadtplans, wo Ihre Eltern wohnen und wo dieser Gasthof ist. Also zunächst Ihre Eltern. Also meine Eltern, die wohnen hier. Ja. Dann sind wir direkt die Straße hier runtergefahren. Hier lang. Hier runter. Und hier ist das Fotoatelier. Da sind wir direkt dran vorbeigekommen. Und sind dann weitergefahren, hier über die Brücke bis zum Gasthof. Hier ist der Gasthof. Gut, Sie können sich gerne wieder setzen, bitte. Wann sind Sie denn da zum Gasthof gefahren? So circa Viertel vor neun. Meine Mutter ist direkt reingegangen in den Gasthof und ich bin noch kurz auf dem Parkplatz gewesen, weil mir auch so erbärmlich schlecht war. Wie weit ist es vom Gasthof zu diesem Atelier und umgekehrt? Circa fünf Minuten. Zu Fuß fünf Minuten. Fünf Minuten. Genau. Sie sind wirklich überzeugt davon. Sie sagen, Ihre Mutter ist schon reingegangen, Sie waren draußen. Diese Zeit haben Sie ganz für sich sinnvoll genutzt. Sie sind zum Atelier zurückgegangen und haben dann letztlich Ihre Frau erdrossen. Sie sagen ja selbst, in fünf Minuten kann man es eben schaffen. Hin fünf Minuten, zurück fünf Minuten und dazwischen die Tat begangen. Wie schnell kann man dann einen Menschen umbringen? Ich habe doch gar keine Ahnung davon. Es wäre doch alles viel zu schnell gegangen innerhalb von fünf Minuten. Dann stimmt vielleicht Ihre Zeitangabe eben einfach nicht. Verstehen Sie? Dann waren Sie eben ein bisschen länger weg gewesen. Aber ich war nicht in dem Fotoatelier. Ja, vor allem haben Sie doch erst im Lokal davon erfahren, dass Ihr Vater sich mit Ihrer Frau trifft. Richtig. Und Ihrer Mutter. Meine Mutter hat mir abends im Gasthof erzählt, dass sich mein Vater mit Evi trifft. Und er hat auch 10.000 Euro mitgenommen als Entschädigung dafür, dass sie sich von mir scheiden lässt. Mein Vater meinte, er könne mich nicht länger leiden sehen. Und das heißt letztendlich, Sie haben den ganzen Abend mit Ihrer Mutter zusammen in dem Gasthof verbracht? Ja, bis Viertel nach zehn. Dann sind wir heimgefahren. Ich habe meine Mutter nach Hause gebracht und dann bin ich auch heimgefahren. Ja, das ist Ihre Version. Die Wahrheit ist leider eine andere. Nein, es ist die Wahrheit. Ich schwöre es. Sie wussten doch längst, dass Ihr Vater sich mit Ihrer Frau in dem Atelier treffen würde. Sie sind deswegen hingegangen, weil es Ihnen keine Ruhe gelassen hat. Sie wollten unbedingt wissen, wie dieses Gespräch zwischen Ihrem Vater und Ihrer Frau verlaufen würde. Deswegen waren Sie am Tatort gewesen. Aber ich habe doch gar nicht gewusst. Sie waren dort und mussten dann mit eigenen Augen sehen, wie Ihr Vater letztlich mit Ihrer Ehefrau schläft. Wenn man vor dem Schaufenster steht und Licht brennt in dem Atelier, ja, dann kann man direkt vom Schaufenster bis zu der Couch gucken, auf der Ihr Vater sich mit Ihrer Frau vergnügt hat. Sie haben gewartet, bis Ihr Vater gehen würde. Er ist gegangen. Dann haben Sie sich zur Tür begeben, haben Ihre Frau rausgebeten. Es kam zum Streit. Sie haben sich zur Rede gestellt. Der Streit wurde immer heftiger. Und am Ende haben Sie Ihre Frau erdrosselt. Genau so kann man sich das schön ausdenken. Mein Mandant ist selber bei einer Opfer eines Mordanschlags geworden. Er ist nicht der Täter. Derjenige, der versucht hat, ihn zu töten, der hat versucht, seine eigene Tat zu verdecken. Genau, als ich abends nach Hause gefahren bin, direkt auf den Parkplatz, da ist zu einer Parklücke ein Auto ohne Licht gekommen, direkt auf mich zugeschossen. Ich konnte gerade noch zur Seite springen und ich habe mich noch am Knie und am Ellbogen verletzt. Was war das für ein Fahrzeug? Man könnte sich wenigstens an das Kennzeichen erinnern. Es ging so schnell. Ich weiß nur, dass es ein dunkler Kleinwagen war. Es ist ja nicht mal annähernd erwiesen, dass Ihr Mandant überhaupt diesen Unfall hat. Ich bezweifle bereits. Das absolut. Es ist die Wahrheit, es ist die Wahrheit. Das werden wir noch rausfinden. Gut, noch weitere Fragen an den Angeklagten. Nehmen Sie bitte bei Ihrem Verteidiger Platz. Wir treten in die Beweisaufnahme ein. Miramogisha, bitte schön. Miramogisha, guten Tag. Kommen Sie mal bitte hier nach vorne. Nehmen Sie bitte Ihren Platz. Ich muss Sie zunächst mal belehren. Als Zeugin müssen Sie hier die Wahrheit sagen, sonst würden Sie sich strafbar machen, ja? Ja. Sie heißen Miramogisha, 25 Jahre alt. Sie wohnen in Großhagen. Sie sind ledig von Beruf Fotografin. Verwandt oder Verschwäge mit dem Angeklagten sind Sie ja nicht. Nein. Frau Mogisha, heute geht es um den Tod von Eva Nelbert. Sie waren ja mit ihr befreundet, richtig? Ja, Elfi war meine beste Freundin. Und ich habe von Anfang an gewusst, dass es mit Felix nichts ist. Und es hat sich auch leider bewahrheitet. Mida, bitte. Ich habe Elfi nichts getan. Natürlich hast du. Du hast sie umgebracht. Nein. Woher hättest du sonst wissen sollen, dass sie tot ist? Jetzt, Moment mal. Können Sie uns das mal genauer erklären, bitte? Ja, Felix hat mich an dem Abend auf dem Handy angerufen. Er hat geweint und gesagt, dass Elfi tot ist. Und das, bevor er es von irgendeinem erfahren konnte. Ich habe dich angerufen, ja. Aber ich habe nicht gesagt, dass Elfi tot ist. Natürlich hast du. Also nun, Eide, ist sicher, Sie haben an dem Abend einen Telefonanruf vom Handy des Angeklagten erhalten. Und zwar um 21.20 Uhr. Können Sie sich noch an einen genauen Wortlaut erinnern? Ja, das ist nicht schwer. Er hat gesagt, Elfi ist tot. Na gut, und wenn er das um 21.20 Uhr bereits gewusst hat, dann muss der Angeklagter Täter gewesen sein. Andernfalls hätte er es erst viel später erfahren können. Von Muggischer selbst hat die Tat ja oft erst entdeckt, nach diesem Telefonat. Herr Richter, ich muss jetzt was dazu sagen. Ja? Ich habe versucht, bei meiner Frau anzurufen, weil ich wissen wollte, wie sie das mit dieser Trennung aufgenommen hat. Ich habe sie nicht erreicht und ich habe mir Sorgen gemacht. Daraufhin habe ich mir gedacht, vielleicht weiß Mida es. Weil ich dachte, gute Freundin, erzählen Sie doch normalerweise alles. Das stimmt nicht, was er da erzählt. Jetzt ist es aber so, Herr Nelbert, auf dem Handy Ihrer Frau, das ist ja auch genau untersucht worden, da ist am Tatabend kein Anruf von Ihnen eingegangen. Aber das kann doch schon mal gar nicht sein. Ich habe den ganzen Abend versucht, meine Frau zu erreichen. Sie ist nur nicht an Ihr Handy gegangen. Herr Nelbert, was bezwecken Sie mit Ihren Lügen hier? Ich meine, natürlich haben Sie nicht versucht, Ihre Frau anzurufen. Warum sollten Sie es auch? Sie wusste ja, dass Sie längst tot ist, weil Sie sie getötet hatten. Aber ich hätte Sie doch niemals umbringen können. Jetzt kommen wir mal zurück zum Telefonat. Was haben Sie nach dem Telefonanruf gemacht? Ja, ich habe versucht, Felix zurückzurufen. Er ist nicht rangegangen. Effi habe ich auch nicht erreicht. Zu diesem Zeitpunkt war ich mit ein paar Freunden in einem Club, der an dem Abend eröffnet wurde. Mir hat die Sache auch keine Ruhe gelassen. Da bin ich eben ins Atelier gefahren. Der Tatort, also dieses Fotoatelier, das ist auf Ihren Namen angemietet, ja? Das ist mein Atelier, ich arbeite da. Und Sie haben dann um 21.46 Uhr die Polizei verständigt? Ja, als ich rein bin, sah ich Effi gleich auf dem Boden und überall diese Geldscheine. Ich bin direkt auf sie zugegangen, habe sie gerüttelt, aber sie hat ihre Augen nicht aufgemacht. Da kommt bei dieser Gelegenheit zur Verlesung der Obduktionsbericht. Todesursache war eine hypoxische Hirnzeilenschädigung, ausgelöst durch Sauerstoffmangel. Die neuronalen Schäden hatten ein sofortiges Aussetzen aller Körperfunktionen und damit den Tod zur Folge. Es steht mit Sicherheit fest, dass sie erdrosselt wurde. An den Strangfruchen im Halsbereich wurden blaue Stofffasern gefunden, die offenbar von einem Seidenschal stammen. Den hat die Spurensicherung auch gefunden, ja? Ja, das ist Effi-Schal. Todeszeitpunkt, der konnte auch eingegrenzt werden, und zwar auf den 6. Juni zwischen 20.30 Uhr und 21.30 Uhr. Frau Muckischer, wissen Sie, ob die Frau Nelbert solch einen Schal besessen hat? Das ist Effi-Schal. Dieser Schal, der hing auch an einem Ast im Fluss, wir sehen es auf einem Voto, das wir an der Tafel haben, hier auch ganz gut. Das ist also anzunehmen, nachdem es direkt gegenüber des Ateliers war, dass der Täter diesen Schal einfach in den Fluss geworfen hat, um sich nicht mit Spuren hier zu belasten. Tatsächlich konnten dann aber auch wirklich an diesem Schal keine verwertbaren Spuren mehr festgestellt werden. Ich darf aber an der Kleidung der Toten, da wurden letztlich Fasern der Kleidung des Angeklagten vorgefunden. Dann haben wir noch Hautpartikel unter den Fingernägeln der Verstorbenen, und da passt die DNA exakt zu der das Angeklagte. Effi war meine Frau, sie hat mir am Nachmittag doch noch die Schultern massiert, und ich habe mich mit dem Rücken an sie gelehnt. Es gab doch auch schöne Zeiten bei uns in der Ehe, und nicht nur Schlechtes. Dafür müssen sie sich auch gar nicht rechtfertigen hier, und auch diese schönen Sachen, Herr Staatsanwalt, die können dann unter anderem durch Massage, diese DNA und die unter den Fingernägeln und die Hautpartikel, das können die alles erklären. Es ist immer noch eine Ehe gewesen. Wenn wir nicht im Gerichtssaal würden sie mich regelrecht zu einer Wette reizen, ich wette absolut, dass diese Massage nie stattfindet. Gut, hier wird aber nicht gewettet. Frau Mogita, haben Sie Ihre Freundin Eva an dem Tatabend, also an dem 6. Juni, ihr Fotoatelier zur Verfügung gestellt? Ja, Effi war oft in meiner Klien, auch zur Arbeit. Effi war ja auch ein Model. Sie hat sich auch oft dort mit Männern getroffen. Wusste der Angeklagte, was seine Frau in dem Atelier macht? Ich weiß nicht. Effi hat ihm zumindest davon nie erzählt. Sie wollte Felix nicht noch extra verletzen, hat sie gesagt. Sie hat versucht, diskret zu bleiben. Bis aber an dem Abend es Felix herausgefunden haben muss. Aber ich wusste doch nichts, bis man mir von Effis Tod erzählt hat. Die Eva Nelbert, die hat auch an dem Abend um 20.51 Uhr auf ihrem Handy angerufen. Das Gespräch hat 4 Minuten und 7 Sekunden gedauert, bis 20.55 Uhr. Worüber haben Sie denn da gesprochen in diesen 4 Minuten? Darüber, dass sie gleich in dem Club nahe kommt, der an dem Abend eröffnet worden ist. Sie war auch ganz gut drauf, muss ich sagen. Sie hat mich mit Nebensätzlichkeit noch zugetextet, bis ich aber gesagt habe, dass sie mir gleich alles persönlich im Club erzählen kann. Gut, also da Eva Nelbert nun telefoniert hat, bis 20.55 Uhr, der Angeklagte um 21.20 Uhr bereits wusste, dass sie tot ist, haben wir eine Zeitspanne von 5.09 Uhr bis 20.09 Uhr. In der Zeit muss der Angeklagte, davon gehe ich aus, seine Ehefrau getötet haben. Und diese Zeitspanne deckt sich ja genau mit dem Zeitraum, zu dem der Angeklagte draußen auf dem Parkplatz des Gasthofes gewesen sein möchte. Und für diese Zeit hat er nun mal kein Alibi. Ich fahre doch nur auf den Parkplatz. 5 Minuten auf dem Parkplatz. Das war auch Sie. Schön, ja. Wissen Sie, wieso die Eva Nelbert überhaupt so viele Männerbekanntschaften hatte? Weil Elfi ist wahrscheinlich anders, als Sie denken. Sie war freundlich, liebevoll. Sie hatte jeden wirklich gern, mit dem sie ins Bett gegangen ist. Alle Männer liefen ja auch hinterher. Sie war auch wirklich eine schöne Frau. Und wenn sie einen gesehen hat, dann hat sie sich lange nicht geziert. Und der Vater des Angeklagten, war das auch so die Sorte Männer, die der Verstorbenen gefallen haben? Elfi hat den Männern auch nur ein Geschenk gemacht. Sie hat sich selbst verschenkt. Aber trotzdem hat sie den Angeklagten geheiratet. Ja, Sie kennen sie schon seit der Schule. Elfi hat Felix gemocht. Und er hat sie auch regelrecht angebettelt, sich zu heiraten. Dann hat sie eben Ja gesagt. Aber sie wusste auch, dass er für sie sorgen würde und sie nie im Stich lässt. Ich weiß, du hast es nie verstanden. Ich glaube, niemand hier hat es verstanden. Elfi und ich, wir haben uns bedingungslos geliebt. Und Elfi wusste auch, dass ich der einzige Mensch bin, der sie nicht nur wegen ihres schönen Körpers geliebt hat. Sie hat immer wieder gesagt, ich bin der ruhende Pol in ihrem Leben. Und selbst wenn, irgendwann hast du es nicht mehr ertragen, dass sie dich betrogen hat. Obwohl sie ja von Anfang an gesagt hat, dass sie nicht treu sein bleiben kann. Aber deshalb habe ich mich doch jetzt endlich zur Trennung entschieden mit der Unterstützung meiner Eltern. Ich musste einfach einen Schlussstrich ziehen. Ich habe es doch selbst nicht mehr ausgehalten. Und ich wusste auch, dass es für uns beide nicht einfach wird, weil Elfi doch auch so an mir hing. Hättest du dich nur getrennt, dann wäre Elfi jetzt noch am Leben. Aber du hast sie vor lauter Eifersucht umgebracht. Ich habe sie nicht umgebracht. Falsch, Frau Mogischa, das war nicht mein Mandant. Das war der Mann, der an dem Abend neben dem Vater von meinem Mandanten mit Elfi Sex hatte, auch noch Sex mit der Dame hatte. Und Sie haben das doch alles gewusst? Ich habe es nicht gewusst. Sie sind doch die beste Freundin. Als beste Freundin weiß man doch auch alles, oder nicht? Nee, ich weiß es nicht. Sie irren sich wirklich, Herr Anwalt. Irgendwelche weiteren Fragen an die Zeugin? Keine, danke schön. Frau Mogischa, herzlichen Dank. Sie bleiben unvereidigt. Heidi-Marie Nelbert, bitte schön. Da dürfen Sie den Platz nehmen. Frau Nelbert, guten Tag. Guten Tag. Ich muss Sie zunächst mal belehren. Als Zeugin vor Gericht müssen Sie die Wahrheit sagen, sonst würden Sie sich strafbar machen. Sie heißen Heidi-Marie Nelbert, 47 Jahre alt. Sie wohnen in Großhagen. Sie sind verheiratet, Sekretärin. Und Sie sind die Mutter des Angeklagten. Und als Mutter haben Sie ein Zeugnisverweigerungsrecht. Sie können frei entscheiden, ob Sie wirklich überhaupt aussagen wollen. Wenn, dann muss es natürlich die Wahrheit sein. Natürlich. Wie wollen Sie es halten? Natürlich möchte ich aussagen. Mein Sohn, er ist unschuldig. Und das möchte ich bitte hier sagen dürfen. Klären wir zunächst mal, Ihrem Sohn wird vorgeworfen, am 6. Juni seine Ehe Frau Eva mit diesem Schal erdosselt zu haben. Meine Schwiegertochter, es ist einfach unglaublich, was diese Person meinem Sohn angetan hat. Und jetzt, jetzt wird er auch noch für ihren Tod verantwortlich gemacht. Können Sie uns doch einfach zunächst mal diesen ganzen Abend durchgehen. Felix war mit mir zusammen. Und zwar ununterbrochen. Von 20 Uhr bis 22 Uhr 15. Später waren wir dann noch im Gasthof Beckerstein. Das war so circa Viertel vor neun. Meinem Sohn, wissen Sie, es ging ihm wirklich nicht gut. Auf dem Weg dorthin mussten wir anhalten, weil er sich übergeben musste. Haben Sie sonst noch irgendwelche Fragen? Ja, jetzt sagen Sie, wir waren ununterbrochen zusammen. Aber meines Wissens ist Ihr Sohn nicht direkt mit Ihnen ins Lokal gegangen, oder? Er ist ja noch einen kleinen Augenblick vor der Tür geblieben. Wie eben schon erwähnt, es ging ihm einfach nicht gut. Es waren drei, vier, allerhöchstens fünf Minuten. Da hören Sie es. Ich habe doch vorhin die Wahrheit gesagt. Es muss länger gewesen sein. Nämlich so lange, dass es Ihr Sohn schaffen konnte, zum Atelier zu laufen, seine Frau umzubringen und zurückzulaufen. Und das braucht dann schon so circa eine Viertelstunde. Davon gehe ich aus. Dann ist er in den Gasthof zurückgetreten. Dass das so lange war, die Abwesenheit so lange war, bestätigt ja die Kellnerin des Gasthofs. Das hat sich über die Polizei ausgesagt. Das lässt doch nur einen Schluss zu, Herr Staatsanwalt. Welchen bitte? Natürlich, dass die Kellnerin lügt. Die hat doch keinen Grund dazu. Die hat doch überhaupt keinen Grund dazu. Aber lassen wir es mal dahingestellt. Wenn es so war, wie Sie sagen, dass Sie ununterbrochen mit Ihrem Sohn zusammen waren, dann müssten Sie ja auch das Telefonat zwischen Frau Mogischa und Ihrem Sohn mitbekommen haben. Das Telefonat, in dem Ihr Sohn ihr gesagt haben will, dass seine Ehefrau tot ist. Nein, von so einem Gespräch habe ich überhaupt nichts mitbekommen. Aber das Gespräch ist aufgrund des einzelnen Verbindungsnachweises belegt und auch Ihr Sohn hat es angegeben, dass er tatsächlich mit der Frau Mogischa telefoniert hat. Naja, meinetwegen. Felix hat ja ständig immer sein Handy in der Hand. Er hat auch an diesem Abend ununterbrochen versucht, Evi zu erreichen. Aber natürlich mal wie immer ohne Erfolg. Naja, vielleicht hat er dann auch versucht, diese Mieder zu erreichen. Haben Sie nicht mitbekommen, dass er jemand erreicht hat? Nein, ähm, ich glaube, er hat sie von der Toilette aus angerufen. Weil er war nämlich auch mal auf der Toilette, wissen Sie. Naja, und wie eben schon erwähnt, hatte er dank seiner lieben Ehefrau massive Magenprobleme. Naja, weil er immer alles in sich hineinfrisst. Ein Magengeschwür wäre wirklich kein Wunder. Verstehen Sie, mein Sohn ist körperlich und selig am Ende. Da mussten mein Mann und ich, wir mussten eingreifen. Und so beschloss mein Mann, zu Evi zu gehen und sie dazu zu bewegen, aus seinem Leben zu verschwinden. Wusste Ihr Sohn denn von diesem Vorhaben? Ich hab's ihm später erzählt, im Gasthof. Naja, und da war natürlich noch mehr durcheinander wie sowieso schon. Aber unterm Strich hat er es eingesehen. Lieber ein Ende mit Schrecken, als ein Schrecken ohne Ende. Ja, aber wieso hat denn Ihr Sohn sich nicht von sich ausgetrennt? Wieso hat er den Vater noch zur Hilfe gebraucht? Naja, Felix. Felix ist kein Mann, der große Entscheidungen trifft. Wissen Sie, diese Person musste weg und zwar so schnell wie möglich. Naja, und da hat mein Mann ihr 10.000 Euro angeboten. Damit sie endlich aus Felix' Leben verschwindet. Damit sie andere Männer unglücklich machen kann als meinen lieben Sohn. Aber Ihr Ehemann hat ja Ihrer Schwiegertochter wohl nicht nur Geld angeboten. Er hatte nachweislich Sex mit der Schwiegertochter gehabt. Darüber möchte ich hier eigentlich nicht reden. Aber nur so viel, unmittelbar. Nachdem ich von den polizeilichen Ermittlungen von dieser Ungeheuerlichkeit erfahren habe, habe ich ihm sofort gesagt, er müsste gehen. Seitdem haben wir keinen Kontakt mehr. Verstehen Sie, diese Person hat nicht nur das Leben von Felix ruiniert, sondern auch meine Ehe. Naja, es ist ganz offensichtlich, dass Sie hier bedingungslos Ihrem Sohn zur Seite stehen. Genauso bedingungslos sind Sie wohl in der Lage, hier Ihrem Sohn ein falsches Alibi zu geben. Davon gehe ich ganz fest aus. Natürlich, natürlich helfe ich meinem Sohn, wo ich kann. Aber, Herr Staatsanwalt, das habe ich überhaupt nicht nötig. Weil ich nämlich ununterbrochen mit meinem Sohn zusammen war. Hat noch jemand Fragen? Keine Dank. Bleiben Sie unvereidigt, Dankeschön. Sprechen wir mal mit Ihrem Mann. Werner Nelbert, bitteschön. Und Sie dürfen den Platz nehmen, die Zeugen bleibt unverreidigt. Und Sie dürfen den Platz nehmen, die Zeugen bleibt unverreidigt.